Hallo und herzlich willkommen zurück bei HWSQ, ich fäng schon mal super an, ja geil, move or die, heute move or die, heute move or die, seid ihr am Moven und Dying? Ich bin so am Moven und Dying, ich bin so im Ball gerade, hey ihr guckt bei mir aber auch sehr böse, ich hab's nicht auf mein Gesicht gesehen, ja ich guck auch böse, ich will gar nicht böse gucken, warum guck ich denn böse? Ja, ich will gar nicht so böse gucken, ich seh auch wie Tobi, alter. Was? Was? So, ja, brennen. Das soll nicht wahr. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Hä? Wie? Hä? Aber du bist alleine. Wow. Wow, toll. Oh, das war nicht gut. Wow. 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 Nein! Nein! Was war das? Curry, du Wichser! Du hast mich runtergedrängelt! Ich küsse dich! Ich will kuscheln! Ich will kuscheln! Ich will kuscheln! Oh nein! So, ja! Verpist ihn! Curry, lass das! So! Pahn, was ist los? Pahn, was wird das? Ich versuch zu überleben! Wo willst du hin? Äh, Pahn? Ich dachte nur, du bist zu bewegen, ja? Pahn, was wird das? Alter, Pahn, du musst doch hier rumlaufen! Warte, wirst der Curry stirbt! Nein, ich bin gar nicht so. Der Curry ist schon tot! Achso, das bist du! Ja! Komm, den Curry, ich will mal holen! Eirange, du musst Eirange retten! Komm, mich holen! Und... Nee... Ich... Nein! Nein! Mann! Fuck! Fuck! Das gibt's nicht! Ja! Ciao, Curry! Nein! Curry! Nein, Curry! Nein, was?! Du dreckiger Lümmel! Alter! Pahn, was? Komm mal runter! Ey! Oh! Pahn! So! Oh! Ja, danke Curry! Ach Tobi, Alter, du Drecksack! Was machst du da hinten? Oh, okay! Und sonst so? Na, Tobi? Na, Tobi! Ja, na klar! Hä? Hä? Warum, Tobi? Warum? Das gibt's nicht! Ey, was passiert hier gerade? Nein! Juhu! Ciao, Curry! Ciao! Ciao! Nein! Warum?! Du Wichser! Alter, der Curry ist so... Das ist so ein Fickfrosch einfach, ey! Ich will's auch nicht mehr! Geh weg! Alter, was?! Pan, warum?! Wie, Pan, warum?! Ich bin auch gestorben! Ja, du hast mich gerade von dem Block geschubst! Nein! Was?! Ne! Ne! Oh! Hey Curry! Hey, okay! Hey, wieso? Wieso hast du nicht gekriegt?! Nö! Wieso kriegst du die Bombe nicht?! Wieso hast du die Bombe nicht gekriegt?! Ich hab dich dreimal berührt! Dreimal fucking berührt! Wir haben die ganze Zeit immer zurückgetaunt! Das gibt's doch gar nicht! Der Curry cheatet schon wieder wie in jedem Spiel! Einen wunderschönen guten Tag! Und herzlich willkommen zurück zu HWSQ bei Move or Die! Und wir haben, äh, ja! Wir haben neue Charaktere gekriegt! Ja! Sieht ja schön aus! Also die Fahnen find ich besonders hübsch! Ich find' zu Kong passt es! Ja, der Erik hat sich selber gezogen in der Probe! Der Tobi, der Tobi war mir echt hoher! Der Tobi auch! Ich spiel' heut' meinen IQ, ne? Meinst' von der Butter, oder was? Sorry! Oh, Ding! Das ist so! Das hab' ich überhört! Oh Gott! Oh Gott! Ah! Nein! Was? Hilfe! Oh! Schweigen ab! Oh! Nein! Ich bin so doof! Alter, die Bahn! Was ist los? Gib mir den Hut! Gib mir den Hut! Ich will den Hut! Nein! Keiner kick den Hut! Ich werde gewinnen! Was? Hä? Ich hab' den Hut voll lange getragen! Warum hat Curry jetzt gewonnen? Ich hab' den voll lange gehabt! Haha! Direkt! Noi! Tobi, das Poster darf nicht sterben! Guck mal, wie süß das ist! Oh, ihr beiden! Macht's gut! Hallo, Pan! Pan! Was ist los? Ja! Weiß nicht! Was ist denn los? Pan, komm doch mal rüber hier, Pan! Komm doch mal rüber! Komm doch mal her! Nee, ich trau mich nicht! Ey, die Zeit geht rum! Pan, du musst verallen! Pan, du musst verallen die Zeit! Komm her! Schnell! Schnell! Hey, du stirbst! Pan, schnell! Du bist! Curry, verpiss dich! Pan, 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 hau ab! Geh weg! Alter, warte, warte, warte! Curry, du Wichser! Das ist so'n Wichser! Der hat mich voll ausgebremst gerade! Nein! Das geschieht ihm recht im Stricher, Alter! Das hat er bei mir auch dran probiert! Das fucking Kackekind von Kleve, Alter! Was? Geil! Okay, ach du Scheiß, was? Oh, guck mal her! Nein! Ey! Was? Warum? Nein! Hey, Curry! Nein, warum? Oh, Schweinerei! Der Curry kriegt die Bombe nie! Curry, du wichst mehr! Das wichst mehr nicht! Bobby! Ja, ja, ja! Nein! Ich sag's dir, der Curry! Guck dir den Curry einfach an! Guck ihn dir an! Alter! Ja! Uff! Was für ein verschittener Wichsvogel, Alter! Ja! Du hält fest! Ich prügel rein, Alter! Dann tausche mal! Stopp! Oh! 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 Sandwich! 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 Ich komm's heutig hin, aber ja! Geil! Es rennt niemand nicht ein! Wieso findet Curry eigentlich den Scheiß und das Erste? Nein! 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 Häh! Mann! So ne Kacke! Oh! Ja, sag ich doch! Der Curry ist glitschig wie Teflon! Ich hab den Scheiß Curry berührt, Alter. Was ist das denn? An Curryperl alles ab! Seife! Alles! Ja! 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 Wie geil! Oh! Wie gut! Oh! Alter. So! Ich bin Pan, ich bin Pan, ich hab ein Pan-Cosplay an. Oh ja, aber gib her. Und die Pan ist Erik. Ja. Erik in der Waschküche. Wir sind wieder zurück bei HWSQ und wir spielen heute Badenet. Super, 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 super. Lange nicht gesehen. Das könnt ihr mich mal, das könnt ihr mich mal. Ich freu mich, ich freu mich. Ich hab nur einen Mittelfinger. Was soll die Scheiße? Der andere steckt mir noch im Arsch. Was soll das? Hab ich das vorhin geschafft und jetzt nicht mehr? Geil. Aua, was soll das? Was hab ich damit zu tun? Müssen wir vielleicht hier? Tobi. Tobi, was soll das denn? Ich war das gar nicht. Das war der Curry, der kleine Dreckscher? Immer Tobi, immer Tobi. Ja und deswegen musst du jetzt Gronkh darunter schubsen oder was? Ganz kurz, wie schlägt man normal eigentlich? Sag ich dir nicht. Was bist du für ein Lauch, Alter? Äh, du Opfergabe. Du Opfergabe. Alter, das ist schon hart Assi. Aua. Was hast du denn? Aua. Nein, du bist ja nicht Curry. Ey Tobi, es reicht jetzt mal hier, ja? Es reicht jetzt. Hier ist aber nur ein fucking Knopf, der nichts macht. Erich, ist das dein Ernst? Ne, hä? Ist das dein scheiß Ernst? Da kann ich nichts mehr. Toll, danke Tobi. Ich bin nicht so unten. Aber ich war grad fast drüben. Oh mein Gott, das, also da möchte ich protestieren, bitte. Das geht gar nicht. Curry hat's Maul jetzt. Alles klar. Protestersohn. Oh Gott. Was? Was für ein Drecksack, Alter. Gleich hat mal ja. Lifetime-Ban im Chat. Hey, ciao Tobi. Der meint das nur lieb. Der meint das ganz lieb, meint er das, Leute. Macht euch da keine Sorgen. Wie er Tobi gerade reingejumpt ist. Aha. Hört auf, hört auf. Wir schmeißen doch. Auf Tobi, bitte. Ihr Panik, Kopf hoch, ey. Haut so noch den Kopf geschwissen. Na ja. Hört ihr mal bitte Augen an. Ist das elendlich schon genug? So. Okay, jetzt Kopf drehen. Reinwerfen. Hä? Äh, warum? Was, hä? Cool, cool. Was soll ich das nicht machen? Ne, ne, super. Noch kein Checkpoint, alles gut. Jaaaa. Voll geil. Scheiß, ob geh ich drüber. So. Hört auf. Hört auf. Hört auf. Hört auf. Oh, jetzt ein Stuhl auf den Kopf drauf. Auf. Auf. Jetzt musst du dich in das Fühnchen fest... Was ist alles? Scheiß. Hä? Was? Warum? Hä? Warum? Hä? 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 Geh! Geh weg! Was? Wann, was machst du? Was? Ja, ich scheiß auf die Dinger. Das mache ich. Ich scheiß... Ey, war ja! Oh, Schat, ich bin immer so rum, das ist doch scheiße. Das wird also...